Musik Herzlich Willkommen bei Mr. Twister Jetzt machen wir die kleine kleine Schnecke hier Steht nicht mehr so viel Ballons, aber wir fangen jetzt mal mit dem Körper an Hier am Ende von sechs Fingern machen wir eine Vierfingerblase Schön weiter Und verdrehen wir auch Dann machen wir eine Einfingerblase Und die verdrehen wir auch Dann machen wir drei Finger Zwei Fingerblase Und eine Einfingerblase Und wird auch verdreht Jetzt machen wir zwölf Finger So und kommt zurück mit zwölf Fingern Und wenn ihr mal auch schon abreißen Und kommt los So und jetzt setzen wir die Augen hier drauf Kleiner Rundballon Drei vier Finger aufgeblasen Dann machen wir die Augen Und setzen wir jetzt einfach hier drauf Und verdrehen wir oben auf einmal an Die kleine Blase ist hier hinter und die große ist hier vorne So soll das bisschen aussehen So soll das bisschen aussehen Dann machen wir die Fühler hier dran Ich mache meinen gelben Ballon genommen Und zwei Finger aufgeblasen Dann ziehe ich das Ende hier ganz oben Dann ziehe ich das Ende hier ganz oben Dann kann ich die Blase hier so nach vorne durch drücken Dann messe ich sechs Finger hier ab So Verknote nach den sechs Fingern Jetzt schneide ich hier so einen Finger hinter den Knoten ab Und habe einen Fühler Zweitens habe ich schon mal vorbereitet Jetzt wickele ich jetzt einfach hier einmal in den Hals Und mache hinter dieser kleinen Blase fest Mit dem zweiten mache ich es genauso So Jetzt machen wir den Panzer fertig Habe ich den blauen Ballon genommen Der hat am Ende von fünf Fingern Ich drücke das jetzt durch Die ganze Luft nach hinten drücken So und dann Ich drücke die hier ab So und schneide doch mal einfach So und dann rolle ich das Ganze einfach zusammen So und dann rolle ich das Ganze einfach zusammen So und dann rolle ich das Ganze einfach zusammen Und stecke das Ganze hier rein So und dann Jetzt wird die schon stramm Dann wird es nicht wieder auseinander gehen Dann nehme ich diese Blase Und schiebe die so ein bisschen nach oben Nach komplett Kopf hoch So und dann noch einmal ausrichten So und dann noch einmal ausrichten Die Augen noch aufmalen So 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 Nase Nase Und Mund Jetzt ist die schöne Schnecke auf jeden Fall fertig Viel Spaß damit Tschö Tschö Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020